KRAFT? Du kannst halt theoretisch den Moss steigen, einfach um die Tür drum herum setzen. Naja, aber sieht ja mega scheiße aus. Weiß ich nicht. Na gut, ich würde halt dann komplett die Gitterfront quasi aufgeben. Und hätte dann immer nur so kleine, kleine Gitterdinger an den Seiten. Weil ich müsste ja dann hier im Prinzip so ein komplettes Tor-Moss steigen setzen. Ja, wenn wir jetzt schon... Was im Prinzip über 50% von der Wand ist. Oder du setzt die Tür halt an den, an die Mauer her an. Ja, dann wäre es natürlich ein bisschen kleiner. Also würde ich nicht ganz so viel von der, von der, von der Gitterfront aufgeben, so. Na, wie gesagt, Pistontür ist schwierig. Pistontür ist schwierig. Wie gesagt, also alleine entscheidet halt allein schon daran, dass ich nicht so der Dingsmensch bin, der... ...Redstone-Maniac bin. Ich dachte, du wärst jetzt voll der Redstone-Killer. Ah, ne. Weißt du übrigens, wie man einen verzauberten, goldenen Apfel macht? Indem man einen Apfel in der Mitte packt und außenrum Goldblöcke benutzt. Was? Äh... Ja, Tobi, da wissen wir schon mal, wofür wir die Goldblöcke brauchen. ...Fuck you, Mains. Ha, 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 ha. Ja, ich glaube, verzauerte Goldblöcke braucht man nicht. Äh... Ja, Redstone, genau. Ja, gut, das sieht halt, das sieht halt so meh aus, ne? Ja, gut. Das sieht doch eigentlich weniger meh aus als so gewisse... Ja, als wenn die Tür in der Luft fliegt. Äh, beziehungsweise wenn die Tür einfach irgendwo rumfliegt. Ja, das stimmt. Bisschen schade, ne? Ja. Vielleicht finden wir da... Ich mein, das ist ja obvious, dass man eine Eisentür in die Eisengitter reinpacken möchte, dass das noch kein Feature ist, ist echt ein bisschen schade. Vielleicht geht das ja irgendwie, wir werden die Wikis wälzen. Ich werde die Wikis wälzen. Naja, schon eher. Vielleicht... Nach dieser Aufnahme... Wir wollen sowieso heute nicht so super lange aufnehmen, weil es schon relativ spät ist. Und es ist warm! What the fuck? Es ist warm, ja. Es ist der wärmste Tag bis jetzt im Jahr, also ihr könnt ihr raten, wenn wir aufgenommen haben. Ähm... Freude, es ist warm. Es ist echt... Und Lukas und ich sind ja beide unterm Dach. Ja, und weil einer eine Klimaanlage hat und einer nicht. Hehe. Ja, bei mir geht's halt echt, also... Aber ich werde die... Ich werde die gleich auch nochmal anwerfen, also... Also mittlerweile geht's halt auch schon wieder. Mal gucken, jetzt wird's halt abkühlen, ne? Wie gesagt, das hat auch echt gewittert vorhin. Aber allerdings tatsächlich nicht hier, sondern irgendwo... Das musste aber... Aber mir auch nicht. Ja, aber es war weiter bei euch. Also irgendwo in Richtung Köln wahrscheinlich. Ja, ja. So ist das möglich. Ähm... Eisen geht immer super schnell weg, eh. Weil wir immer noch... Viereinhalb Stacks haben, so. Aber es ist... Huh. Allein für Pickex... Ja, kann man dadurch, was ich hier halt gerade mache, brauche ich halt auch... eine ganze Ecke weniger Gitterstäbe als ursprünglich gedacht, so, ne? Na gut, Gitterstäbe wirst du bestimmt nochmal irgendwo irgendwie einbauen können. Also ich glaube gar... Daran wird's nicht scheitern. Jetzt fehlen hier noch Eisentüren und natürlich irgendwie Knöppel, weil jetzt kommen wir gerade nicht mehr in die Zellen rein. Was natürlich auch nicht so unbedingt hilft. Mhm. Ich bin auch nicht so hundertprozentig zufrieden mit der Einrichtung. Das... ...mache ich aber wann anders. Ähm... Wann anders? Genauso wie... Ja, ja, als Sprechersmaus. Wenn ich mir überlegt habe... Ja, ich weiß, die Burg ist auch noch nicht von mir viel einrichtig komplett. Ähm... Es ist aber auch... Die Einrichtung sowieso, Dekoration ohne Matze in Minecraft ist... So... Oh mein... Gott! Okay. Ich sollte langsam die Treppe hochgehen. Nicht sprinten. Was tust du? Was wollte ich eigentlich gerade tun? Ach ja, richtig. Knöppe... Knöppe machen, damit ich in die beiden... Dings wieder reinkomme, damit ich lieber helfen kann. Und vorher sollte ich vielleicht was essen. Was? Spiel! Ich glaube, du bist explodiert. Ich freue mich schon darauf, wie ich mir das beim Schneiden angucken kann, ey. Mach mal... Ich... Das... Äh... Wer ist... Wer ist denn diesmal? Äh... Oder beziehungsweise... Wo bist du denn diesmal explodiert? Ja, dreimal darfst du raten. Ja, dreimal darfst du raten. Oder da oben bei den Thronen? Das ist natürlich... Nee, 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 nee. Oder im Turm. Alter... Mitten... Mitten... Im Turm. Der Turm ist halt dunkel, ne? Und der muss irgendwo über mir... Alter, hier fehlt so ein riesen Stück Sand. Oh... 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 Holy shit. Äh... Kannst du... Kannst du mal gerade... Kannst du mal gerade herkommen? So Bergung, so. Oh... Oh... Was jetzt muss ich wieder hier fixen, wenn du in den Creeper reinläufst? Ja, Mann. Ich komm mal... Na, die Sache ist halt die. Da drüben sind meine Items. Ich kann da jetzt hinspringen, so. YOLO. Das kann ich natürlich tun. Ähm... Oh, hier liegen Items. Na, jetzt? Oder muss ich von oben kommen? Warte mal, ich... Okay, ich hab... Nichts in meinen Items gejoloot. Ich hab in meinen Items mehr oder weniger vorbeigejoloot. Ja, ganz unten liegt auf jeden Fall noch deine Rüstung und eine Pickaxe. Das ist nice. Das Ding ist halt... Wie gesagt, hier fehlt... So ein kleines Stück Wand. Ah, er liebt echt noch mehr von deiner Rüstung. Da kommen jetzt noch Sachen runter. Hm... Seeß. Ah ja, ich komm auch... Ich komm auch mal runter. Kannst du mal deine Sachen einsammeln? Ähm... Ja gut, wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt sowieso unten bin, kann ich wahrscheinlich auch... Den... Kann ich auch wahrscheinlich den Stuff auch fixen. Du musst dann mal explodieren. Du... Ist halt auf jeder... Kann da halt irgendwas bauen, oder? Ja, das ist schon... Schon... Nicht so günstig, hast du recht. Ein... 61 Stonebricks Slabs hatte ich hier noch dabei, oder was? Mann, ich hab sie nicht da hingeworfen. Ich hab ja nicht 61 Stone... Oh, da waren wir ja bitte zu draußen. Ich hab ja nicht 61 Stonebricks hier rausgespringt. Ehrlich? Glaub ich. Ehrlich? Ich... Hoffst du? Ja, glaub ich. Kartoffelsalat... Le... 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 Wieder ein qualifizierter... Oh my god... Mir fehlen mega... Wobei... Ich kann auch einfach 2 Steinslips nehmen... Für... Hat man deutsche Kulturgeist? Ne... Kultur... Kartoffelsalat... Der Film? Oder das Lied? Beides traurig... Film? Warte okay... Was meinst du... Was ist dein Film? Was sag'n Film? Was sag'n Film? Was sag'n Film? Ein 60 Kartoffelsalat... Das war dieses YouTuber... Und Projekt... Ach so... Loil... Mit... Frechtorge! Das bezeichnest du als Film? Hab's noch nicht gesehen? Ah... Cancer... Quatsch... Ich hab's halt auch nicht gesehen... Da ist auch noch Baby's Bitch Palace drin, oder was? Hallo... Ne... Wie heißt denn nochmal? Wie heißt denn nochmal die Pornoparadika? von BB's Beauty Pillars Genau, hab ich geguckt, ist ja gut Das ist ein Polo-Polodief Ja, gibt's ja jetzt Ne, Moment, das war von Duggie B, nicht von BB's Beauty Pillars Das ist sowieso alles das gleiche Ich hab an Duggie B wieder Duggie B... Oh, ja, ich hab schon... Oh my god Warum rein das unten? Ah, nicht mich anbrennen, what the fuck, lol Ja... Das ist neu für dich Das wusste ich nicht Wie macht man... Alter, ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin gerade echt... Bet it in Kartoffelsalat Le, ole, ole Bet it in Kartoffelsalat Eigentlich einer von euch das 80 Minuten Outsch, ein Game gegen Fnatic angeguckt Ich hab das Ende gesehen Was hat das Ende gesehen? Ja, ich hab das Ende gesehen Ich hab das Ende gesehen! Das war schon... Das war schon ziemlich bad, so Von beiden, oder? Ja, sicherlich Nice! EU-Moment, so Das ist halt wirklich gut Ähm... Wie, wie, wie mach ich... Wie mach ich Knöppe? Was ist... Knöppe? Das ist nicht... Einmal nur... Steine übereinander, so Übereinander Hä, aber geht das nicht mit Cobblestone? Brauche ich Gebrandensteine, oder was? Das kann sehr gut sein, ja Oder vielleicht auch einfach nur Einstein Das ist unmöglich Ne, das hab ich schon probiert Hab ich denn hier nicht noch irgendwo... Ja, Gebrandensteine auch Hab ich denn hier nicht noch irgendwo Gebrandensteine rumliegen? Das kann doch gar nicht sein In den Öfen vielleicht? Cobblestone haben wir noch ein bisschen Warum ist hier Glas im Ofen, in der Burg? Irgendwas hab ich mit Glas gemacht Richtig, ich hab Bottles gemacht Da ist mehr Glas rausgekommen, als erwartet Ich verstehe Und dann hast du das einfach... Einfach in den Öfen drin gelassen So wie ich jetzt auch Weißt du, wenn man rote Wolle macht? Oder wo muss ich das herbekommen? Ja, du brauchst... Rote Blumen Rote Blumen Ich krieg Rote... Rote Blumen Farben, Leute Ich meine, du brauchst Rote Blumen Ja, Rote Blumen Äh... Es kann doch nicht sein, dass hier nirgendwo mehr gebrannter Stein ist in der Burg Wtf 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 Ähnliches Vieh bei mir im Zimmer, Alter. Boah, das war Monster-heglich. Holy fucking shit. Du hast versucht, sie zu töten. Nein, wir haben sie netter draus gelassen. Wie gehen Levers, Rewire? Außen Stick und... und noch anders. Ja, wat denn? Dein Stein. Halt. Stick... Stick und Stein. Ja. Sick. Ja, Stick. Du weißt aber schon mal, was ein Stick ist, ne? Ich sagte SICK. Stick. Du hast wieder zugehört wie ein Weltmeister. Deine Mutter muss sehr frustriert sein. Wieso? Jetzt steht da ein Skelett. Hurensohn. Ich hole mir jetzt einen Bogen. Hurensohn. Dann schieße ich den da runter. Scheiße, keine Pfeile. Kann doch nicht sein, dass ich hier nirgendwo mal... Ich weiß nicht, ich weiß ganz genau. Ich habe hier einen Bogen. Aber ich habe garantiert, unter Garantie... ...habe ich keine Pfeile. Und ich habe auch garantiert... ...kein Material mit Pfeile zu machen. Warum habe ich einen Grasblock im Winter? Warum bin ich eigentlich der Einzige, der keine Pfeile hat hier? Wenn ihr... Doch, ich habe einen Pfeil. ...Bogen mit Infinity habt. Ich habe keinen Bogen mit Infinity. Ich habe keinen Bogen mit Infinity. Der ist in die Lava gefallen, wenn du dich erinnerst. Achja. Ja, wir haben mal was, ne? Ich habe doch... Ich habe doch Material, um Bogen zu machen. Yay! Oh, Leute. Ich habe sogar mega viel Material, um Pfeile zu machen, weil ich... Ich glaube, Theorie soll ich irgendwo auch noch... Alter, ich bin... Ich bin so schlecht, was... ...was... ...was Crafting angeht im Moment. Halleluja! Ich habe die gerade schräg platziert, die Dinger. Auf jeden Fall. Yo, 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 yo! Das war nicht abgemacht, dass du einfach hochkommst, Skelet. Einen noch. Oh. Hoppala. Pfff. Abgezeichnet. Vergesst, was ich machen wollte, ne? Das wird ja hier. Jo. Alter, das lebt... Das lebt immer noch. Das... Drecksviech. Kaputt gehauen, oder was? Oh, hier ist so ein... Hier ist so ein... Oh, aber das bringt noch nichts. Ich habe da... Auch Corona-Zombie stirbt. Vielleicht ist noch einer unter Corona-Zombies. Alter, hier geht gerade Party in der... Party in der Buchse geht hier gerade. Ich habe... Ich habe erschossen. Lustig. Hallo. Hier waren zwei Skelette und ein Zombie, so. Und die haben sich alle gegenseitig gekillt. Tja. Passiert, ne? Ich habe vielleicht da noch Viecher. Ich habe noch eins kaputt gemacht. Aber jetzt ist ja nichts mehr. Kannst ja mal überlegen, ob du hier noch eine... eine Pistengeheimtür überhaupt einbauen willst, so. Vicking zwei. Ja, hier ist auch immer wieder... Ja, an dem Gang hier... Ömmelkopp. Hier, an dem Gang. Da raus? Ja. Wo bin man denn da raus? Weiß ich nicht. Das wäre doch ganz lustig, wenn man hier aus dem Wachraum mit einem versteckten Schalter... irgendwie hinter einem Bild oder so... hier eine Pistentür aufmachen könnte. Das wäre ja auch cool, oder? Ich verstehe, ja. Und dann in der Kanalisation rauskommt. Ja. Ja, ich... Ich kann das sehen. Ja, ne? Ja, ja.